und NBSP und NBSP der Warschauer Pakt, eine im Westen gebräuchliche Bezeichnung. Im offiziellen Sprachgebrauch der Teilnehmerstaaten Warschauer Vertrag genannt, war ein von 1955 bis 1991 bestehender militärischer Beistandspakt, des sogenannten Ostblocks unter der Führung der Sowjetunion. Er wurde mit dem Warschauer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand gegründet und bildete im Kalten Krieg das Gegenstück zum von den Vereinigten Staaten von Amerika geführten NATO-Bündnis. Wirtschaftlich waren die Ostblockstaaten bereits seit 1949 im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe zusammengeschlossen. Vorgeschichte und Gründungskonferenz Der Warschauer Pakt war ein Ergebnis der seit 1947 zunehmenden Spannungen zwischen den Alliierten des Zweiten Weltkrieges sowie zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der UdSSR. Im Westen wurde die Expansion der Sowjetunion und die Bildung von Satellitenstaaten als massive Bedrohung für die westlichen Demokratien empfunden, die man durch die Gründung der NATO im April 1949 einzudämmen versuchte. Die Staaten des späteren sozialistischen Lagers in Europa standen seit dem Einmarsch sowjetischer Truppen 1944-45 unter dem Einfluss der UdSSR. Die Mitglieder des Brüsseler Paktes und Italien unterzeichneten mit der Bundesrepublik Deutschland am 23. Oktober 1954 die Pariser Verträge, die das Besatzungsstatut in Westdeutschland beendeten und zur Gründung des kollektiven militärischen Beistandspakts der Westeuropäische Union führten. Die Westalliierten unterstrichen den Alleinvertretungsanspruch der Bundesregierung für Deutschland und traten zugleich für die von der Bundesregierung für notwendig erachtete Wiederbewaffnung Westdeutschlands ein. Die Sowjetunion ihrerseits fürchtete ein wiederauflebendes Militarismus in Deutschland und wollte den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO verhindern, zumal sie ein System kollektiver Sicherheit, wie es die Charta der Vereinten Nationen vorsah, Vorzug und Systemen kollektiver Selbstverteidigung im Prinzip her ablehnend gegenüberstand. Nach mehreren diplomatischen Noten und Erklärungen reagierte sie mit einer Sicherheitskonferenz in Moskau, die vom 29. November bis 2. Dezember 1954 tagte und an der neben der sowjetischen Delegation Regierungsvertreter aus Albanien, Bulgarien, der DDR, der Volksrepubliken Polen und Rumänien, der Tschechoslowakei und der Volksrepublik Ungarn teilnahm. Zum Abschluss der Konferenz wurde die Moskauer Erklärung verabschiedet. Darin warnten die Unterzeichner vor einer Ratifizierung der Pariser Verträge und gaben bekannt ein eigenes Militärbündnis gründen zu wollen. Entsprechende Absichtserklärungen zur gemeinsamen Organisation der Streitkräfte sollten folgen. Um die DDR in das Bündnis aufnehmen zu können, wurde der Kriegszustand formell zum 21. Januar 1955 beendet. Mit der Ratifizierung der Pariser Verträge in den Mitgliedstaaten traten diese am 5. Mai 1955 in Kraft. Daraufhin wurde im polnischen Staatsratsgebäude in Warschau zum Abschluss der zweiten Konferenz europäischer Länder zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit Europas vom 11. bis 14. Mai 1955 durch Albanien, Bulgarien, die DDR, die VR Polen, die VR Rumänien, die VR Ungarn, die Sowjetunion und die Tschechoslowakei der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand durch die Ministerpräsidenten unterzeichnet. Er bestand aus einer Präambel und elf Artikeln. Für die Volksrepublik China nahm Verteidigungsminister Peng Dehue als Beobachter an der Konferenz teil. Durch die Gründung des Militärbündnisses sicherte sich die Sowjetunion ihren Hegemonialanspruch in Osteuropa. Nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch alle Unterzeichnerstaaten bei der Regierung der Volksrepublik Polen trat der Warschauer Vertrag. Am 4. Juni 1955 in Kraft. Die DDR war zunächst vom militärischen Teil des Bündnisses ausgenommen und trat erst ab 28. Januar 1956 und damit zehn Tage nach der Unterzeichnung des Gesetzes zur Gründung der Nationalen Volksarmee auch diesen Teil bei Bezeichnung. Der Organisation lag der multilaterale Vertrag von 1955 zugrunde und das Militärbündnis hieß im Sprachgebrauch der DDR-Warschauer-Vertrag. Gegebenenfalls wurde auf die Formulierung Staaten des Warschauer Vertrages zurückgegriffen um den Organisationscharakter zu verdeutlichen. Die dafür gegründete Warschauer Vertragsorganisation verstand sich als politisches Bündnis mit dem Auftrag zur Koordination der Außenpolitik. Die offizielle Bezeichnung in den Sprachen der Mitgliedstaaten war Albanisch Paktii Mikisais Baschkponimeteidimessepörbischsget kurz Paktii Warschews Bulgarisch Kurz Deutsch Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand kurz Warschauer Vertrag Polnisch Okladowpridzesni wie spolprisi i pomozy vajemne kurz okladwasavski Rumänisch Tretet öde prini kooprioresi assistenta motuala kurz Tretet öde la vasovia bzw. Paktul de la vasovia Russisch Kurz Slowakisch ZM luva opriatelstvi spolupratzi av zajemne pomozy kurz vasavska ZM luva Tschechisch SM luva opratelstvi spolupratzi av zajemne pomozy kurz vasavska SM luva Ungarisch Baratsagi Egyetmoködesies köchsen össegecheck New oit asi scherzots kurz was oi scherzots Vertragsbestimmungen und Partner Der Wortlaut des zugrunde liegenden Vertrags ähnelt in weiten Teilen dem des Nordatlantik-Vertrages Die Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrages versicherten einander ihren Willen zur Friedenssicherung und zur gegenseitigen militärischen Hilfeleistung im Falle eines Angriffs auf einen oder mehrere der Teilnehmerstaaten Ein gemeinsames Kommando der nationalen Streitkräfte sollte die Effektivität des Bündnisses sichern Man hatte sich sofort zu beraten, wenn ein Angriff vorhersehbar war Für den Fall des Abschlusses eines kollektiven Sicherheitspaktes für ganz Europa sollte der Vertrag seine Gültigkeit verlieren Die Interpretation dieser Bestimmungen unterschied sich jedoch grundlegend von denen des Nordatlantik-Vertrages So unterstanden zum einen die Truppen des Warschauer Pakts fast vollständig dem vereinten Oberkommando Welches wiederum vollständig dem Kommando des sowjetischen Generalstabes unterstand Zum anderen wurden die Bestimmungen auch nach innen restriktiv interpretiert und mit Hilfe dieses Vertrages die sowjetische Kontrolle der Vertragsstaaten auch mit militärischen Mitteln durchgesetzt Im Unterschied zum Nordatlantik-Vertrag welcher in Artikel 2 auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit festschrieb War im Warschauer Vertrag die militärische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten geregelt Die zivilwirtschaftliche Zusammenarbeit wurde indes im 1949 gegründeten Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe koordiniert Der Warschauer Pakt diente als Stützpfeiler der offiziellen Politik der Sowjetunion durch die Bündnispartner Die Stationierung sowjetischer Truppen in fast allen Mitgliedstaaten und das vereinte Oberkommando unter sowjetischer Kontrolle sorgten dafür Dass die Herrschaft der jeweiligen kommunistischen Partei und die Treue gegenüber der Sowjetunion nicht infrage gestellt werden konnten In Fällen bei denen einzelne Teilnehmerstaaten den von Moskau vorgegebenen Kurs verlassen wollten Wurde dies als Angriff von außen auf das sozialistische Staatensystem ausgelegt und mit einer militärischen Intervention geahndet Beispielsweise in Ungarn und in der CSR schlugen Truppen des Warschauer Pakts nationale Aufstände nieder Bereits vor der Unterzeichnung des Vertrags war der Aufstand des 17. Juni in der DDR von der Sowjetarmee niedergeschlagen worden Theoretisch und ideologisch untermauert wurde ein solches Vorgehen nach 1968 durch die Brezhnev-Doktrin Mitgliedstaaten Sozialistische Volksrepublik Albanien, Volksrepublik Bulgarien, Deutsche Demokratische Republik, Volksrepublik Polen, Sozialistische Republik Rumänien, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Tschechoslowakische Sozialistische Republik, Volksrepublik Ungarn Geschichte Mit den bilateralen Bündnisverträgen wurde die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfeleistung unterzeichnet, um alle gewaltsamen militärischen Handlungen, die sich gegen die territoriale Integrität und Souveränität einer Vertragspartei richteten, zu verhindern Den ersten dieser Freundschaftsverträge hatte die Sowjetunion schon während des Krieges am 12. Dezember 1943 mit der tschechoslowakischen Exilregierung abgeschlossen, der am 27. November 1963 für die Tschechoslowakei verlängert wurde Von 1943 bis 1949 gab es bereits 23 bilaterale Verträge über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand der ersten Generation in Osteuropa Neben diesem Vertragssystem der gegenseitigen Verträge bestanden ab 1956 57. auch Truppenstationierungsabkommen der Sowjetunion mit der DDR, Polen, Rumänien und Ungarn mit einer Laufzeit von 20 Jahren Aber bereits der Vertrag über die Beziehungen zwischen der DDR und der Sowjetunion vom 20. September 1950 zur Grenzregelung enthielt eine Vereinbarung zur Stationierung von sowjetischen Truppen in der DDR Im Juli 1963 bat auch die Mongolische Volksrepublik dem Warschauer Pakt nach Artikel 9 des Warschauer Vertrages beizutreten Dazu hätte ein Sonderprotokoll gefasst werden müssen, da der Vertragstext nach Artikel 4 sich nur auf Europa bezog Aufgrund des aufkommenden chinesisch-sovjetischen Zerwürfnisses gab es keinen Beitritt, sondern es blieb bei einem Beobachterstatus Stattdessen wurden ab 1966 sowjetische Truppenstationierungen vereinbart Nachdem die Sowjetunion mit der DDR am 12. Juni 1964 einen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand schloss Der die volle Einbeziehung der DDR in das bilaterale Bündnissystem vorsah wurden in der Zeit von 1964 bis 1972 insgesamt 20 Bündnisverträge der zweiten Generation unterzeichnet Die Hegemonie der Sowjetunion wurde durch die bilateralen Bündnisverträge noch verstärkt, da diese eine unmittelbare Beistandsverpflichtung bei einem bewaffneten Angriff vorsahen Die auch in den meisten Verträgen sich nicht nur auf Europa beschränkte In der dritten Generation der Verträge über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand erfolgte nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki Der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im August 1975 Die Einbeziehung der Brezhnev-Doktrin und der ökonomischen Integration Zudem wurde die Laufzeit der Verträge auf 25 Jahre festgelegt Die DDR unterzeichnete am 7. Oktober 1975 mit der Sowjetunion diesen neuen Vertrag sowie später weitere mit Ungarn, Polen, Bulgarien und der Tschechoslowakei Hauptartikel Ungarischer Volksaufstand durch den Reformkurs der ungarischen Regierung unter Imre Nagy und während des Volksaufstandes vom 23. Oktober bis zum 4. November 1956 proklamierte Nagy am 1. November 1956 Die Neutralität Ungarns und den Austritt aus dem Warschauer Pakt Drei Tage später intervenierte die Sowjetarmee und setzte Panzerverbände zur Niederschlagung des Volksaufstandes in Ungarn ein Bei den Kämpfen, die in Budapest bis zum 15. November dauerten, kamen etwa 20.000 Menschen ums Leben Hauptartikel Nach dem Einmarsch der Truppen der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakische Sozialistische Republik im August 1968 An dem sich Soldaten aus der Sowjetunion, Polen, Ungarn und Bulgarien beteiligten und 98 Tschechen und Slowaken ums Leben kamen sowie etwa 50 Soldaten der Interventionsstruppen, trat Albanien am 13. September 1968 Unterbruch der Vertragsbestimmungen formell aus dem Bündnis aus Die Mitgliedschaft geruhte bereits seit dem 1. Februar 1962 als 1961 die diplomatischen Beziehungen mit der Sowjetunion abgebrochen wurden Nach dem Austritt aus dem Militärbündnis wurde Albanien zunehmend durch die Volksrepublik China gestützt Großmanöver vom 12. bis 18. Oktober 1970 wurde das bis dahin größte Manöver des Bündnisses in der DDR erstmals unter der Bezeichnung Waffenbrüderschaft der Bruderarmeen der Länder der Sozialistischen Gemeinschaft durchgeführt Im September 1980 wurde anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Militärbündnisses mit dem Großmanöver Waffenbrüderschaft 80 und 40.000 Soldaten Aus sieben Teilnehmerstaaten das umfangreichste Manöver in der Geschichte des Warschauer Pakts abgehalten Am 13. September 2008 stellten Hans Rühle, der ehemalige Chef des Planungsstabes im Bonner Bundesministerium der Verteidigung und Michael Rühle, der Leiter des Planungsstabes in der politischen Abteilung der NATO in Brüssel In einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung Planungen für einen Ersteinsatz von Atomwaffen des Warschauer Paktes im Kriegsfall gegen die NATO in Westeuropa vor Laut Rühle seien diese Planungen überraschend gewesen, da man bisher davon ausgegangen sei, dass der Warschauer Pakt zuerst konventionelle Waffen einsetzen würde Aus freigegebenen polnischen und tschechoslowakischen Dokumenten sowie aus Dokumenten der Nationalen Volksarmee werde laut den Autoren deutlich, dass der Warschauer Pakt ab dem Jahr 1961 einen präventiven nuklearen Erstschlag gegen die NATO plante Als Beispiel führen sie die Großübung Börje von 1961 an, bei der trainiert wurde, den Schlag präventive drei Minuten vor einem Beginnenden Angriffe der NATO durchzuführen Dabei sollten laut Rühle 422 nukleare Gefechtsköpfe auf westdeutschem Boden zur Explosion kommen Ab etwa 1964 habe der Warschauer Pakt einen begrenzten präventiven Nuklearkrieg mit über 1000 Nuklearwaffen gegen Westeuropa geplant Konventionelle Truppen hätten später Westeuropa innerhalb weniger Tage besetzen sollen Dabei wäre die Verstrahlung und die darauf folgende Kampfwohnfähigkeit der ersten Angriffswelle der eigenen Truppen hingenommen worden Erst unter Mikhail Gorbatschow seien diese Kriegspläne 1986 geändert worden Einzig die DDR arbeitete auf alter Grundlage weiter Noch in der Übung Stabstraining 1989 plante sie die Verwüstung grenznah Landstriche Schleswig-Holsteins durch 76 teilweise großkalibrige Nuklearwaffen So Rühle, am 19. November 1990 wurde anlässlich des KSZT-Gipfeltreffens in Paris von den 22 Regierungschefs der Mitgliedsländer der North Atlantic Treaty Organization und des Warschauer Paktes der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa über gegenseitige Rüstungsbeschränkungen unterzeichnet Am 17. Juli 1992 trat er vorläufig am 9. November 1992 endgültig in Kraft als der Warschauer Vertrag längst aufgelöst war Am 26. April 1985 wurde der Warschauer Vertrag zuletzt um 25 Jahre verlängert und hätte sich auch um jeweils weitere 10 Jahre automatisch verlängert Im Zuge der von Gorbatschow in der UdSSR eingeleiteten Perestroika kamen zunehmend Zweifel an der Brezhnev-Doktrin auf Mit der sowjetischen Zustimmung zur Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wurde endgültig klar dass Freiheitsbestrebungen in den anderen Warschauer Paktstaaten nicht mehr gewaltsam unterdrückt werden konnten Daraufhin begannen die anderen Mitgliedstaaten, auf einen Abzug der sowjetischen Truppen aus ihren Ländern und auf die Auflösung des Warschauer Paktes zu drangen Obwohl die sowjetische Führung eine gleichzeitige Auflösung von NATO und Warschauer Pakt bevorzugt hätte, gab sie schließlich nach Am 24. September 1990 unterzeichneten Rainer Eppelmann als Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR und der Oberkommandierende der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Paktes Der sowjetische Armeegeneral PJTRG, Lochef in Ostberlin ein Protokoll über die Herauslösung der nationalen Volksarmee aus der militärischen Organisation des Bündnisses Nur wenige Tage später wurde am 2. Oktober die NVA aufgelöst Während des KSZT-Gipfeltreffens von 19. bis 21. November 1990 in Paris gaben die Staaten der Warschauer Vertragsorganisation und der NATO eine gemeinsame Erklärung ab in der sie ihre frühere Verpflichtung zum Nicht-Angriff bekräftigen Sie definieren sich gegenseitig nicht mehr als Gegner, sondern als Partner, die gewillt sind einander die Hand zur Freundschaft zu reichen Die Erklärung schließt sich an den im März 1989 in Wien ausgehandelten KSE-Vertrag an Auf der Konferenz wurde auch die Charta von Paris unterzeichnet Ein grundlegendes internationales Abkommen über die Schaffung einer neuen friedlichen Ordnung in Europa nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der Einstellung der Ost-West-Konfrontation Die militärischen Strukturen des Bündnisses wurden am 31. März 1991 Der Warschauer Pakt hierzu selbst am 1. Juli 1991 offiziell aufgelöst Die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn stationierten sowjetischen Truppen wurden abgezogen In Deutschland blieb auf ehemaligem DDR-Gebiet dagegen bis Ende Oktober 1994 die sowjetische Westgruppe der Truppen stationiert Nachdem die NATO bereits 1990 den im Warschauer Pakt zusammengeschlossenen Staaten eine freundschaftliche Zusammenarbeit angeboten hatte folgte 1991 der Nordatlantische Kooperationsrat bei dem es um die sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Staaten des Warschauer Vertrags den GUS-Staaten und den NATO-Staaten ging Organisation Die Leitung und Koordinierung des Warschauer Pakt war die Aufgabe des einmal jährlich in Moskau tagenden politischen Bärartenden Ausschusses der sich auch als WP-Gipfeltreffen darstellte als höchstes Entscheidungsgremium des Bündnisses Der Generalsekretär des PBA war zugleich Leiter des Vereinten Sekretariats das als Exekutivorgan angesehen wurde und unterstützt wurde durch ständige Kommissionen darunter auch eine Verbindungsstelle zum Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe Die Mitgliedstaaten wurden im PBA vertreten durch die ersten bzw. Generalsekretäre der Zentralkomitees der sozialistischen und kommunistischen Parteien die Regierungschefs und die Außenminister der Vorsitz wechselte Die erste Tagung des politischen Bärartenden Ausschusses wurde vom 27 bis 28 Januar 1956 in Prag abgehalten Als Beobachter nahmen auch Vertreter der mongolischen Volksrepublik teil Zudem gab es auch Konferenzen der Minister für Auswärtige Angelegenheiten der Staaten des Warschauer Vertrages Erstmals am 27.28. April 1959 in Warschau an der auch die Volksrepublik China beteiligt war Nach der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings die auch als ein Grund für den Austritt Albaniens aus dem Bündnis gesehen wurde wuchs auch der Druck auf die Sowjetunion den Mitgliedstaaten mehr Mitspracherechte zu gewähren Ab 1969 wurde hierzu das Komitee der Verteidigungsminister als Koordinierungsstelle für militärische Fragen gebildet Dem Komitee gehörten neben den Verteidigungsministern als stellvertretende Oberbefehlshaber der sowjetische Oberkommandierende der Vereinten Streitkräfte und zugleich ein Stellvertreter des Verteidigungsministers der Sowjetunion sowie deren Generalstabschef an dem Komitee angegliedert waren ein Militärrat des Vereinten Oberkommandos unter der Führung des Oberbefehlshabers der Vereinten Streitkräfte und der stellvertretenden Verteidigungsminister die regelmäßig zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit der Streitkräfte takten und berieten sowie ein technisches Komitee Mit der Gründung des Warschauer Paktes 1955 wurde entsprechend den Artikel 5 und 6 des Warschauer Vertrages ein streng vertrauliches Protokoll zur Schaffung eines Vereinten Kommandos der Streitkräfte der Teilnehmerstaaten gefasst Die Teilnehmerstaaten waren verpflichtet, Teile ihrer nationalen Streitkräfte für die Vereinten Streitkräfte bereitzustellen Zu Beginn des Bündnisses stellte die Sowjetunion mit rund 75% des Personals das größte Kontingent da die weiteren Teilnehmerstaaten sich erst in der Phase des Aufbaus und der Modernisierung ihrer Streitkräfte befanden Kontingente der DDR wurden ab dem 24. Mai 1958 den Vereinten Streitkräften zugeordnet da die NVA erst am 1. März 1956 gegründet wurde und sich ebenfalls noch im Aufbau befand Danach sollten die Mitgliedstaaten dem Vereinten Oberkommando folgende Kontingente an Landtruppen und Luftwaffenverbänden als Beitrag zur Verfügung stellen Die Seestreitkräfte der Mitgliedsländer Bulgarien, Polen und Rumänien wurden alle dem Vereinten Oberkommando eingegliedert Albanien koordiniert die Maßnahmen ihrer Marine nur mit dem Vereinten Oberkommando Die Sowjetunion stellte die 4. Flotte und die Schwarzmeerflotte zur Verfügung Als 4. Flotte wurde die 4. Baltische Rotbenerflotte bezeichnet die am 24. Dezember 1955 zusammen mit der 8. Baltischen Rotbenerflotte zur Baltischen Flotte zusammengelegt wurde Zum 1. VSK-Oberkommandierenden wurde der Marschall der Sowjetunion Ivan Stepanovich Konju ernannt Der Oberkommandierende war stets ein sowjetischer General, der zugleich die Funktion des ersten Stellvertreters des sowjetischen Verteidigungsministers ausübte und somit diesen direkt unterstand Der Stab der Vereinten Streitkräfte wurde von einem Stellvertreter, gleichfalls einem sowjetischen General, geführt Erster Chef des Stabes war der sowjetische Armeegeneral Alexej Inokentjevich Antonov Das Hauptquartier des Vereinten Oberkommandos befand sich ab 1972 in Moskau und in Teilen auch in Lwow Im Frieden umfasste der Aufgabenbereich, die Führung und Koordination von multinationalen Manövern die operative Planung und Dislozierungsentscheidungen die Organisation von Ausbildung, Ausrüstung und Führungskontrolle Die enge Zusammenarbeit mit dem sowjetischen Generalstab, der die Kontrolle über die komplette Luftverteidigung und Versorgung ausübte Dem Vereinten Oberkommando unterstellt waren zuletzt Die sowjetischen Streitkräfte in den europäischen Staaten Südgruppe der Truppen in Ungarn Die gesamten Truppen der Nationalen Volksarmee der DDR Einzelne Truppenkontingente der Mitgliedstaaten Die gesamte Luftverteidigungsorganisation innerhalb des Bündnisses Polnische Seekriegsflotte In Kriegszeiten hatte das Vereinigte Oberkommando keine operativen Aufgaben Die vollständige Befehlsgewalt über alle Land, Luft und Seestreitkräfte der Mitgliedstaaten hätte der Generalstab der Sowjetunion übernommen Oberkommandierender der Vereinten Streitkräfte Generalstabschef der Vereinten Streitkräfte Siehe auch Atomwaffen in Deutschland Geschichte der Massenvernichtungswaffen in Polen